Hey, Leute, hier ist... Wir sind hier am Hauptbahnhof, hier hat einer Amoklauf neben uns gemacht mit einem, äh, mit einer Axt und hat Leute angegriffen am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Hey, man konnte da gar nichts machen, ich hoffe, meine Mutter, ich war live daneben. Weder ich noch irgendjemand anders konnte überhaupt irgendwas machen. Der Typ kam einfach mit Axt und hat auf Leute eingeschlagen. Ich habe in meinem Leben, ich habe viele schon erlebt, aber das habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Genau neben mir hat er angefangen, Leute mit Axt zu schlagen. Hier ist voller, äh, Düsseldorfer Hauptbahnhof, ist voller Polizei. Boah, krank. Boah, krank. Ja, ja, ja. Sie sind arzt, Sie sind arzt, Sie haben auch schon getugt. Ich schwöre auf meine Mutter, ich komme nicht drauf klar. Bruder, hat einer mit Axt Leute angehört von oben? Ich schwöre auf meine Mutter, noch nie in meinem Leben sowas gesehen, Bruder. Nehmen wir uns. Wir standen oben auf dem Gleis, Gleis 14, und haben auf die Bahn gewartet. Plötzlich ist er aus der Bahn rausgekommen, glaube ich, mit einer Axt und hat auf die Leute eingeschlagen. Einfach aus dem Nichts nehmen und so zwei Meter neben uns. Und keiner konnte aber helfen. Das ging gar nicht. Wir sind so stehen geblieben, haben geschrieben.